So, und da sind wir wieder. Wir machen weiter. Eigentlich ist es ganz nett hier. Wir haben Kaffee, wir haben Bücher, wir haben ein Buch zum Schreiben, wir haben... ...eigentlich ein ganz nettes Zimmer. Irgendwie wäre es cool, wenn wir über Computer jetzt Killer-Aufträge bekommen würden. Ähm... Was ist hier unten? Oh, Regale und Kodex-Seiten. Hm. Hey, was ist das? Ah. Ach, wir werden es schon noch rausfinden. Ganz bestimmt. Jetzt will ich zuerst mal die Glyphe holen, die wir am letzten Mal gesehen haben. Ah, jetzt, jo! Das sieht man normalerweise nicht. Da hoch. Jetzt kurz da rüber. So. Und rüberklettern. Es wird immer leichter, sich in Absterbos mit dem Ding zu hacken. Es scheint fast, als müsste ich nach welchen Daten ich suchen muss. Als hätte ich es schon erlebt. Hm. Unendliches Wissen. Datei freigegeben. Okay. Unendliches Wissen. Die offene Mündung verteilt den Kuss des Todes. Ist nicht schwer, die Waffe. Ihre Jugend führte sie zu ihrem Tode. Hier oben. Flammen aus seinem Schund stechen ihnen die Augen aus. Ist es da? Nein. Da hinten ist es. Dieses Monster kommt nicht von den Menschen. Hier. Der Innensplitter. Könnt ihr sehen? Innensplitter 4. Apfel. Mann, wie viele gibt's denn von denen? Passt gut. Wir funden. Teil freigegeben. Was? Schon fertig? Okay. Meinetwegen. Jetzt klettern wir hier hoch. Das ist nämlich der Aussichtspunkt. Gut. Jetzt gibt es hier nämlich noch was zu tun. Hier gibt es Statuen zusammen. Kleine Statuen. Solche. Pluto-Statue gefunden. Ich durfte es jetzt nicht schwer sein, die nächste zu finden. Ich habe immer nur sieben Statuen gefunden. Es gibt acht Statuen in Monte Regioni. Von römischen Göttern. Aber ich habe immer nur sieben gefunden. Hm. Wo ist die nächste? Ist das da hinten eine Statue? Nein, das ist keine Statue. Das ist viel zu groß wie eine Statue. Jetzt rennen wir mal dahinter. Hm, 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 hm. Da vorne ist sie. Ich hoffe, das ist die nächste. Ja, es müsste die nächste sein. Da vorne, das ist keine Statue, das ist nur... Ah, da vorne sehe ich schon die nächste. Jupiter-Statue gefunden. Und... Drei. Minerva-Statue gefunden. Ich habe mich trotzdem, was es damit zu tun hat. Ah, da vorne ist noch eine. Komm, hoch! Ach, mache ich gleich. Ich mache nur schnell... Das, was ich hier machen soll. Ich bin sicher in die Tat! Ein paar Stiefel und ein Dolch kaufen. Kaufen wir mal das. Und kaufen wir das. Und ein Dolch. Jetzt haben wir ein paar neue... mehr Gesundheitspunkte bekommen. Komm, hab keine Ahnung. Ich will... Ich bin in der Nähe, falls ihr wiederkommt. Habe ich gemacht. So. Frisch gefangene Egel! Wer braucht einen Adalas? Ich weiß, einkaufen, bezahlt werden. Das System mag ich. Ich glaube, daran könnte ich mich gewöhnen. Was haben wir jetzt für eine Statue gekriegt? Keine Ahnung. Aber jetzt haben wir, glaube ich, vier oder fünf. Da vorne ist wieder eine. Ich habe es schon gesehen. Jetzt müssten wir fünf oder sechs haben. Inventar, Verschwöre, Datenbank, Inventar will ich. Gegenstände? Fünf. Ich denke, ich kann noch mindestens zwei finden. Also es ist komplett sinnlos, sind die Statuen nämlich auch nicht. Die haben alle einen Sinn und Zweck. Ich glaube, eine müsste noch hier um die Ecke stehen. Okay. Sechs Statuen gefunden. Zwei fehlen noch. Mach eine hier rüben mal. Komm, da hoch, Ezio. Komm. Da ist nix. Da, ist noch eine. Das ist die siebte. Wird nur die, die ich nie finden konnte. Mars-Statue gefunden. Wo kann ich noch suchen? Feder! Feder! Da vorne ist eine Feder. Wo ist die Feder? Ich habe die Feder auch gerade noch gesehen. Was zum Himmel? Was zum Himmel? Was zum... Ja, das muss man mit Federn machen. Habe ich nicht gerade denn noch? Adler-Auge hilft da jetzt irgendwie auch nicht. Da muss noch eine Feder. Da komme ich nicht dran. Jedenfalls noch nicht. Mal sehen. Da steht hier irgendwo noch einer rum. Nein. So, halt. Lass uns doch schnell heilen. Hör auf, mich zu beleidigen. Hm. Hier ist auch keine. Das ist echt seltsam. Da müssen wir noch hin, aber da ist keine Statue. Uh, eine Kiste, eine Goldkiste. 200. Das nenne ich mal nicht schlecht. Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist da und ich erkenne... Ich sehe sie einfach nicht. Ich habe jetzt bestimmt die ganze Stadt abgegrast. Aber die muss doch hier irgendwo sein. Das gibt's doch nicht. Also, wenn sie jemand von euch gesehen hat, sagt mir einfach Bescheid. Weil ich habe sie eindeutig nicht gesehen. Aber jetzt sammle ich noch diese Kiste hier ein. Und dann mache ich einen Schnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.